In dieser Aufnahme geht es um SSL-TLS. Die Abkürzung SSL steht für Secure Sockets Layer und war eine Entwicklung von dem damals führenden Browser-Anbieter Netscape Communications. Damals bedeutet so um Mitte der 90er Jahre. Und die Idee war, eine Sicherheitsschicht zwischen die Anwendungs- und Transportschicht einzuziehen, sodass das Aufrufen von Webseiten nicht mehr so unsicher wie bisher war. Denn das eigentliche HTTP-Protokoll hat ja kaum Schutzmechanismen, was die Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität angeht. Es ist geeignet für TCP-basierte Anwendungen, also vor allem das Webbrowsing, aber nicht nur, sondern auch E-Mail und andere TCP-basierte Anwendungen können damit abgesichert werden. Die Internet Engineering Task Force, die griff die Entwicklungen, also halt diese proprietären Entwicklungen auf und bildete eine eigene Arbeitsgruppe namens Transport Layer Security. Und diese spezifizierte dann 1999 die erste Version von Transport Layer Security, die dann allerdings inhaltlich und auch vom Konzept her nahezu identisch war mit der dritten Version von SSL. Seit dieser Zeit wurden jetzt neuere Versionen noch entwickelt, um gewisse Schwachpunkte auszugleichen. Das sind dann TLS Version 1.1 und 1.2. Eine Version 1.3 ist in Vorbereitung. Und wenn man jetzt so VPN-Lösungen hat auf der Basis von SSL-TLS, dann nennen sie sich halt auch entsprechend SSL-VPNs. Ja, hier gucken wir uns das jetzt mal an, wie das von den Schichten her aussieht. Also, dieses Ganze ist angesiedelt zwischen der Transportschicht und der Anwendungsschicht. Und das SSL selber ist dabei noch in zwei Schichten untergliedert. Das SSL-Record-Protokoll ist dabei die Basis und vier andere Protokolle bauen darauf auf. Da haben wir zunächst mal das SSL-Handshake-Protokoll. Ja, wie der Name Handshake ja schon vermuten lässt, ist das ein Protokoll, was am Anfang beim Verbindungsaufbau mit vorkommt. Und es dient dann zur Authentifizierung, zum Schlüsselaustausch und zur Aushandlung der weiteren Parameter. Hierbei kann beispielsweise RSA- oder Stiffy-Hellman-Verfahren verwendet werden. Das Change-Cypher-Spec-Protokoll ist nur ein sehr einfaches Protokoll und ist ja quasi nur eine Dateneinheit, die dann anzeigt, dass ab jetzt dann diese ausgehandelten Dinge, also die beim Handshake ausgehandelt wurden, nun tatsächlich Verwendung finden und das ab jetzt verschlüsselt kommuniziert wird. Das Alert-Protokoll dient für Warn- und Fehlermeldungen und dann das Application-Data-Protokoll dient zum Austausch der Daten mit der konkreten Anwendung. Also da ist auch nicht viel hinter, was dieses Protokoll angeht. Das SSL-Record-Protokoll dient dazu, dann im laufenden Betrieb die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung tatsächlich durchzuführen, also mittels der symmetrischen Algorithmen, wobei Optionen wie AES, Camellia und Triple-DS zur Verfügung stehen und auch für die Sicherstellung der Integrität und Authentizität mit so Hamek-Verfahren, wo entsprechend SH-Sternchen, SH1 oder MD5 gewählt werden können. Bei der Aushandlung am Anfang, also mit dem Handshake-Protokoll, da werden jetzt sogenannte Cypher-Suites vereinbart und hier ist das mal erklärt, wie dieses zu lesen ist. Also die Cypher-Suites steht am Anfang uns TLS, also für Transport Layer Security und der nächste Block, der darauf folgt, zeigt an, wie der Schlüsselaustausch durchgeführt werden soll. Also das heißt, welche asymmetrischen Verfahren kommen hier zum Tragen, um den Schlüssel sicher auszutauschen. Dann geht es im hinteren Bereich darum, wie das Rekord-Protokoll arbeitet, das heißt, wie wird die Verschlüsselung dann im laufenden Betrieb, das heißt, die symmetrische Verschlüsselung durchgeführt. Das wäre jetzt hier, würde jetzt ein AES-Verfahren mit 256 Bit und mit dem Modus Cypher-Blockchaining verwendet und außerdem wäre hier die Integritätssicherung vereinbart und das wäre jetzt hier SHA mit 256 Bit. Ja, hier sieht man jetzt auch nochmal, wie das Rekord-Protokoll dann arbeitet. Also wenn man jetzt Anwendungsdaten hat, dann werden die Anwendungsdaten zunächst einmal fragmentiert. Das ist jetzt eine andere Fragmentierung als auf der IP-Ebene, sondern die ist ja auch auf der Anwendungsschicht und teilt dann Teile auf, die maximal 2 hoch 14 Bytes, also das sind 16 Kilo Bytes, enthalten. Diese Teile werden dann zunächst einmal Plain-Text-Record genannt. Danach ist vorgesehen, dass man das Ganze komprimieren kann. Allerdings hat sich im Laufe der Zeit gezeigt, dass die Komprimierung, wenn die vorgenommen wird, gewisse Angriffe erleichtert. Von daher ist das typische, dass hier jetzt keine Komprimierung durchgeführt wird. Das heißt, der Compressed-Record ist dann in echt identisch mit dem Plain-Text-Record. Danach wird eine Integritätssicherung mittels HMEC durchgeführt. Das heißt, aus dem Compressed-Record wird ausgerechnet eine Prüfsumme, die hier angehängt wird. Und das Ganze, also Compressed-Record und HMEC, werden insgesamt miteinander verschlüsselt und dann an die Transportschicht weitergeleitet, die die Daten dann überträgt oder beziehungsweise dann natürlich dafür die unteren Schichten auch noch verwendet. Ja, also hier mal die Wichtigkeit insgesamt von dem SSL und auch damit die Relevanz, wenn es hier Sicherheitsprobleme gibt, darzustellen, sei hier jetzt mal auf den sogenannten Hardbeat-Bug verwiesen. Also in der Praxis ist die meistverwendete Bibliothek, die das SSL-TLS umsetzt, das OpenSSL. Diese Bibliothek wird durch Millionen von Webseiten, also auf der Serverseite, dann verwendet. Und hier gab es im April 2014 einen schweren Programmierfehler, der dann entdeckt wurde. Wobei, ja, er wurde dann erst entdeckt, obwohl er schon seit zwei Jahren in der Software enthalten war. Also der war in einer relativ unbekannten Funktion namens Hardbeat erhalten. Und Hardbeat, solche Funktionen kennt man sonst auch von anderen Stellen, wenn man wissen will, sozusagen eine Gegenstelle, die jetzt nicht irgendwelche aktiven Nutzdaten sendet, aber man will wissen, ist diese Stelle überhaupt noch aktiv, dass man dann so ein Hardbeat-Signal schickt. Also in dem Sinne eine Meldung, ja, ich bin noch da. Hier wurde das Ganze jetzt so implementiert, dass der Client hier Testdaten schicken kann, gibt eine angegebene Größe an und der Server erhält diese Testdaten und schickt die Testdaten einfach wieder zurück. Wobei es jetzt hier der Programmierfehler darin lag, dass diese Größe von den Daten, die damit angegeben wurde, nicht überprüft wurde, ob die Daten tatsächlich so groß waren. Also man konnte jetzt zum Beispiel nur ein einziges Byte schicken und gleichzeitig eine Größenangabe machen, dass diese Daten 16 KB groß sind. Der Server überprüft das dann nicht, also das war der eigentliche Programmierfehler und sendet insbesondere dann Daten zurück, die er sonst so in seinem Arbeitsspeicher hat. Und das konnte dann insbesondere der Fall sein, dass dort gerade der private Schlüssel sich befindet. Den privaten Schlüssel, den muss man ja im Arbeitsspeicher haben, wenn man den verwenden möchte. Und ja, insofern konnte es dann sein, ja, dass der private Schlüssel so zu dem Client gelangt und von daher kompromittiert ist. Und ja, es ist jetzt halt die Situation so, dass wenn jetzt zum Beispiel Angreifer schon längere Zeit den Internetdatenverkehr aufgezeichnet haben und die beobachten jemanden jetzt schon für Monate, konnten ihn aber die ganze Zeit nicht entschlüsseln. Und ja, wenn sie jetzt durch Hardbleed quasi in den Besitz des privaten Schlüssels kommen, dann können sie den Datenverkehr auch rückwirkend über die letzten Monate aufzeichnen, wenn der Server nicht sogenannte Forward Secrecy verwendet hat. Und ja, die Schlussfolgerung dabei ist, dass halt jetzt Millionen von Webseiten nicht mehr sich sicher waren, ob ihr privater Schlüssel noch wirklich geheim geblieben ist und sahen sich deshalb genötigt, sozusagen insgesamt neue private Schlüsse zu erzeugen und damit auch insgesamt neue Zertifikate zu erhalten. Ja, die Algorithmen bei SSL-TLS, die verwendet werden können, für die hat das BSI gewisse Empfehlungen herausgegeben, die bis ins Jahr 2019 gelten sollten. Also was das SSL-TLS-Protokoll an sich angeht, sollten jetzt die neuen Versionen TLS 1.1 und 1.2 verwendet werden. Die vorherigen Versionen sind entweder unsicher oder ja auch nicht mehr zu empfehlen. Bei den asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren kann man Diffy Hellman oder RSA verwenden, wobei ja mindestens 2048 Bits verwendet werden sollen. Also bei Electric Curve Diffy Hellman reichen 228 Bits. Als symmetrisches Verfahren wird AES mit 256 Bits empfohlen. Andere Verfahren soll man nicht mehr so nehmen. Und bei dem HMAC-Algorithmus sollte man SSH 256 oder 348 nehmen. Das BSI fand die Verwendung von SH1 bis 2015 akzeptabel. Ja, also sprich, heutzutage sollten SH1 und MD5 auch nicht mehr genutzt werden. Ja, die Bewertung von SSL-TLS ist, dass es sozusagen für die Endnutzer recht komfortabel zu bedienen ist. Sie brauchen hier keine zusätzliche Software, denn ein Browser bzw. ein Mail-Client hat die entsprechende Funktionalität schon mit integriert. Und das Ganze bietet eine Sicherstellung der drei Sicherheitsaspekte Vertraulichkeit, Integrität und Authentizität an. Und hier sind wirklich sichere Algorithmen als Optionen wählbar. Als Nachteile kann man anführen, dass SSL-TLS durch die Lokationen überhalb der Transportschicht den IP-Header nicht schützen kann. Das heißt, Manipulationen von IP-Adressen können hier nicht erkannt werden. Und das Ganze funktioniert auch standardmäßig nur für TCP-basierte Anwendungen. Allerdings gibt es das Datagram-TLS, was man für UDP nutzen kann. Es ist jeweils eine Konfiguration pro Anwendung notwendig, die man damit schützen will. Das wäre mit IPsec zum Beispiel einfacher. Und man muss die Clients hier entsprechend absichern, die das Ganze verwenden sollen. Also Firewalls, Virenscanner sind hier auf jeden Fall notwendig. Und dann gibt es eine komplexe Situation, was die Vertrauenswürdigkeit der Zertifikate angeht. Denn Zertifikate wurden auch schon von nicht vertrauenswürdigen Zertifizierungsstellen ausgestellt. Und es ist standardmäßig so, dass eine der Zertifizierungsstellen, der man standardmäßig vertraut, das sind eine ganze Reihe von solchen Zertifizierungsstellen, die können quasi alles zertifizieren. Von daher kann das eventuell dann nicht passen, was man hier für ein Zertifikat vorliegen hat. Ja, man kann jetzt hier mit so zwei Test-Webseiten mal überprüfen, einmal wie die eigenen Verschlüsselungseinstellungen sind. Man ruft hier diese Testseite der Uni Hannover mit dem eigenen Browser auf. Und dann sieht man, das sind die Cypher-Suites, die der eigene Browser hier dem Server anbietet. Und im weiteren Fall auf der Seite wird auch noch gezeigt, dann welches, ja, welches Cypher-Suite tatsächlich dann ausgehandelt wurde. Und mit der Webseite von den SSL-Labs kann man Server im Netz überprüfen, also seine eigenen Server hier testen, inwiefern die SSL-TLS-Einstellung der Servers dem Stand der Technik entspricht und wird hier entsprechend bewertet. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020